Diese hier angebotene 3,5 Zimmer Wohnung ist ab Oktober 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf. Das Objekt hat einen Personenaufzug. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 85 m² beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 2500 Euro pro Monat. Kontaktieren Sie uns, falls Sie Fragen haben. Das Objekt wird eine